Ein Geriater behandelt multimorbide oder mehrfach erkrankte ältere Patienten und der Geriater sieht den Patienten von einer ganz anderen Seite wie der Internist oder der Allgemeinmediziner. Wir gucken vor allem auf die Funktionalität, also die Selbstständigkeit, die Aktivitäten des täglichen Lebens und wir suchen unter den vielen Krankheiten die Krankheit oder die Krankheiten, die diese Funktionalität einschränken, um sie dann dementsprechend patientengerecht und patientenspezifisch zu behandeln.